Hallo, mein Name ist Mirko Domosic, ich bin 15 Jahre alt, wurde am 25.09.1997 in Stuttgart geboren. Ich wohne am DFI in Bad Aibling, komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich gehe in die 9. Klasse der DFI Privatschule. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und Ethik. Meine Hobbys sind Basketball spielen, Handball zu spielen, ins Kino gehen mit Freunden und mit der Familie Zeit zu verbringen und natürlich Fußball. Ich spiele bei der DFI U17 Mannschaft als Außen- und Innenverteidiger. Meine größten sportlichen Erfolge bisher sind dreimal Meister in der Leistungsstaffel und Kreisstaffel, Vizemeister in der Bezirksstaffel und Turniersieg in Montafon, einer der größten Turniere der Welt, und dass ich eine Hinrunde in der Verbandsliga spielen durfte. Meine sportlichen Stärken sind das Aufbauspiel, meine Übersicht, das Zweikampfspiel und meine Ausdauer. Meine größte sportliche Baustelle ist mein schwacher Fuß, mein 1 gegen 1 und mein Kopfballspiel. Meine Charakterstärken sind, dass ich hilfsbereit bin, freundlich, engagiert, topmotiviert, selbstbewusst. Meine Ziele sind, dass ich bis Sommer zu einem Beinligisten wechsle, ein Abitur schaffe und natürlich Fußball-Profe zu werden. Dankeschön. Vielen Dank.